Aber wir fangen jetzt mit einem Satz an. Den einzelnen Satz, den ich euch jetzt zeige, der hat so viel Lernpotenzial, dass es sich gelohnt hat, heute hier zu sein, nur durch diesen einen Satz. Und dabei ist es völlig egal, ob ihr Kaltakquise macht oder nicht. Dieser Satz ist wirklich ein Satz, der bringt einem richtig viel bei. Wir könnten wirklich heute zehn Stunden nur über diesen Satz sprechen. Wir nehmen den auseinander, wir analysieren den, was der alles an Value drin hat. Das ist unglaublich. Und zwar, wenn ihr in der Akquise seid, dann habt ihr immer wieder die Situation, dass ihr merkt, hey, jetzt werde ich gleich abgewimmelt. Entweder ich merke dezent, jemand will mich abwimmeln, oder jemand ist richtig forsch in seiner Abwimmelung. Und dieser Satz, den nenne ich Abwimmelungkiller, ja, oder Abwimmelungskiller, weil die Leute schaffen es nicht, mich abzuwimmeln, wenn ich diesen Satz dann verwende, okay? Und zwar gebe ich euch den Satz jetzt mal super monoton. Wir nehmen an, der Herr Mayer will mich abwimmeln. Ich merke es. Ich sage, Herr Mayer, ich höre gerade raus, dass Sie noch zurückhaltend sind. Und ich verstehe das. In Ihrer Situation würde ich mich wohl genauso fühlen. Immerhin rufe ich hier aus dem Nichts an, wir kennen uns noch gar nicht. Das war jetzt monoton, okay? Und wenn man das monoton macht, dann erreicht man mit diesem Satz gar nichts. Also wirklich, man erreicht mit diesem Satz rein gar nichts monoton. Das heißt, es geht jetzt hier wirklich darum, zum einen wieder das Pacing zu nutzen, als auch die Pausen. Okay? Ihr seht, hier zum Beispiel habe ich so Dots gemacht, eine Pause. Hier zum Beispiel habe ich reingeschrieben soft. Hier habe ich wieder Pausen, okay? Aber lasst uns mal die Verkaufspsychologie hinter diesem Satz anschauen. Ich sage ja hier etwas wie, in Ihrer Situation würde ich mich wohl genauso fühlen. Das bedeutet quasi, ich bin mit ihm in einem Team. Ich bin wie er, okay? Ich verstehe dich. Ich würde mich genauso fühlen. Baut quasi eine Connection zwischen uns auf. Dann ist es so, dass man sagen kann, das macht Sinn. Wenn ihr mit Leuten kommuniziert, wollt ihr ja immer, dass die Leute euch bestätigen. Immer bestätigen. Wenn die Leute zu euch immer sagen, nee, nein, nein. Ein Nein ist ja eine Ablehnung. Dann ist es verkaufspsychologisch nicht clever. Wenn ich jetzt hier jemand habe, der mich abwimmeln möchte und ich sage ihm, hey, ich verstehe, dass du mich abwimmeln möchtest. Ich meine, wir kennen uns gar nicht. Ich rufe hier aus dem Nichts an. Es war ein fucking cold call. Dann kann er ja nicht sagen, nein. Oder sich denken, nein. Sondern er denkt sich, ja, genau. Du rufst mich hier ungefragt an. Ja, genau. Ich will dich abwimmeln. Ja, genau. Versteht ihr? Er bestätigt mich in all dem. Okay? Und das ist es, was ich erreichen möchte. Ich möchte, dass er mich bestätigt. Weil indirekt gibt er mir Recht. Und das ist ganz arg entscheidend. Das heißt, wenn mich jemand abwimmeln möchte, dann möchte ich, dass er mich bestätigt in dem, was ich sage. Weil das gibt mir automatisch das Recht, nochmal etwas zu sagen. Und jetzt geht es mal wirklich darum, dieses Pacing und auch diese Tonalität richtig zu trainieren. Weil auch wenn ihr ein Gespräch habt mit einem Menschen, der sich bei euch eingetragen hat, gibt es ja manchmal keinen Termin. Sondern ihr habt einen Lead, der hat sich nicht zu einem Termin eingetragen. Oder er hat sich vielleicht zu einem Termin eingetragen, ist aber nicht erschienen. Dann ist es ja normalerweise auch eure Aufgabe, dem Lead nachzutelefonieren und einen neuen Termin auszumachen. Oder macht das jemand für euch? Ihr macht es dann selber. Das heißt, ihr ruft dann nochmal neu an, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Irgendwann geht er ran. Und dann ist es auch nichts Geplandes und Terminiertes. Und dann kann es sein, dass er euch versucht, abzuwimmeln. Weil es ihm unangenehm ist. Weil vielleicht er glaubt, dass sein Interesse nicht mehr da ist. Oder weil es vielleicht gerade ein ungünstiger Zeitpunkt ist. Und dann kommt dieser Abwimmelungsversuch von eurem Gegenüber. Ihr spürt es. Er sagt es. Oder ihr merkt es von seiner Tonalität. Oder von der Art und Weise, wie er euch antwortet. Und dann müsst ihr sofort diesen Satz nutzen, um die Bombe zu entschärfen. Und es funktioniert folgendermaßen. Herr Mayer. Seht ihr das? Das sind so diese nonverbale Kommunikationen. Das ist kein Wort, aber es ist doch irgendein Ausdruck. Es ist so, Herr Mayer, ich höre gerade raus, dass sie noch zurückhaltend sind. Und ich verstehe das. Soft. Und ich verstehe das. Merkt ihr das? Ich verstehe das. Weil ich kann sagen, ich verstehe das. Und er glaubt mir nicht, dass ich es verstehe. Aber wenn ich so soft wäre, so, und ich verstehe das. In ihrer Situation würde ich mich wohl genauso fühlen. Immerhin rufe ich ihr aus dem Nichts an. Wir kennen uns noch gar nicht. Macht Sinn. Macht Sinn. Du bestätigst ihm in seiner Skepsis. Okay? Also jetzt nochmal komplett durchgespielt. Herr Mayer, ich höre gerade raus, dass sie noch zurückhaltend sind. Und ich verstehe das. In ihrer Situation würde ich mich wohl genauso fühlen. Immerhin rufe ich hier aus dem Nichts an. Wir kennen uns gar nicht. Jetzt bestätigt er mich maximal. Aber habt ihr gemerkt, wie smooth ich mich angehört habe? Perfekt trainiert. Das müsst ihr perfekt trainieren. Und jetzt kommt das. Jetzt habt ihr euch das Recht verdient, weiter zu sprechen. Hey, Timo hier. Ich brauche kurz deine Aufmerksamkeit. Vielleicht ist das Ganze nichts für dich. Aber du kennst vielleicht jemanden, der richtig Bock hat, seine Neukundenakquise auf ein neues Level zu bringen. Also mehr Termine und eine höhere Abschlussquote direkt nach dem Erstgespräch. Du hast jemanden im Kopf? Gut. Mein Team und ich erstellen visuelle Akquise-Funnels. Die werden richtig eingesetzt, sofort für mehr Transparenz und Vertrauen bei deinem Gegenüber sorgen. Anstatt sich also nur auf seine Worte zu verlassen, ergänzt man diesen zusätzlichen Schritt, der sofort für bessere Ergebnisse sorgt und deine Akquise-Rekorde in den Schatten stellt. Mehr Infos dazu findest du in der Video-Beschreibung. Also, let's get back to the video. Wir schauen uns wieder erst die Psychologie an. Bevor wir das Gespräch beenden, würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen. Das heißt, ich gebe ihm jetzt das Gefühl, ihn gehen zu lassen. Weil er wollte mich abwimmeln. Ich habe gesagt, Bro, ich verstehe dich, du willst mich abwimmeln. Hier ist die Tür, du darfst gehen. Okay? Ich gebe ihm genau das, was er will. Ohne, dass er unhöflich sein muss und sagen muss, ich lege jetzt auf. Ich gebe ihm das Gefühl, dass er das bekommt, was er will. Und jetzt sage ich, würden Sie mir grundsätzlich zustimmen, dass einmal etwas zu sehen mehr überzeugt als tausend Wörter? Jetzt kommt der Punkt. Antwortet darauf mal mit Nein. Ist nicht möglich. Weil du würdest quasi sagen, du bist dumm. Weil jeder Mensch mit Verstand stimmt dem Ganzen zu. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort, hätte ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, würde ich es nie glauben können. Das heißt, jeder stimmt dir zu, dass ein Bild oder etwas zu sehen überzeugender ist wie irgendjemand, der dich nur vorlabert. Und jetzt kommen wir wieder zur Tonalität und schaut euch auch Wörter an. Weil das Wort grundsätzlich ist ein Wort, das muss man fühlen. Okay? Schaut mal, ich kann sagen grundsätzlich oder ich kann sagen, schaut mich mal an, grundsätzlich. Allein meine Körpersprache ist so grundsätzlich. Weil ich will quasi die Verbindlichkeit rausnehmen. Wenn ich sage, würden sie mir zustimmen und er sagt, ja, ich stimme dir zu, dann ist es sehr verbindlich. Welche Art von Wörter sind es, die bestimmen? Möglich, grundsätzlich, könnten, generell, generell. Ja, genau. Nehmen wir mal an. Es ist noch nicht den Stein gemeißelt. Okay? Aber jetzt schauen wir uns mal den ganzen Satz an. So auf die Art, bevor wir das Gespräch beenden, würde ich ihnen gerne eine Frage stellen. Das ist auch wieder so ein bisschen, würde ich ihnen gerne eine Frage stellen. Ich sage nicht, ich frage nicht so, darf ich ihnen eine Frage stellen? Sondern ich sage das so, würde ich ihnen gerne eine Frage stellen. So, Baby, darauf kannst du nicht Nein sagen. Das ist nur diese eine und diese letzte Frage. Ja? So. Bevor wir das Gespräch beenden, würde ich ihnen gerne eine Frage stellen. Würden sie mir grundsätzlich, schaut mich jetzt mal an, schaut mich mal nur an und nicht den Satz. Würden sie mir grundsätzlich, ja als ob, natürlich, okay? Würden sie mir grundsätzlich, und wenn ich jetzt so dastehe, würden sie mir grundsätzlich, jetzt quietsche ich irgendwie, aber in dem Moment, wo ich sage, würden sie mir grundsätzlich, deswegen ist die Körpersprache so wichtig, am Telefon sieht niemand meine Körpersprache, muss ich nicht machen, ich kann so da sitzen, mir ein Eingrauen, nein, kann ich nicht. Am Telefon muss ich noch mehr mit meiner Körpersprache arbeiten. Die Leute konzentrieren sich auf ihre Körpersprache, wenn sie gesehen werden, was dumm ist. Klar muss man es da auch machen, aber wenn man mich nicht sieht, am Telefon, da muss ich es noch mehr machen. Deswegen sage ich immer, wenn ihr telefoniert, steht, sitzt nicht da. Steht. Und wenn ich sage, wollen sie mir verraten, da muss ich mich vorbeugen, wollen sie mir verraten, ein bisschen flüstern, das ist ein Geheimnis, wollen sie mir verraten, ein Geheimnis, muss ich ein bisschen flüstern. Das kennt ihr aus dieser Szene von Wolf of Wall Street. Und hier, dann würden sie mir grundsätzlich zustimmen, das einmal etwas zu sehen, mehr überzeugt, als tausend Wörter. Ich habe noch nie darauf ein Nein bekommen. Das ist nicht möglich. Das heißt, jetzt habe ich noch mal ein Ja bekommen. Und dann bekomme ich noch mal ein Ja, okay, und jetzt kann ich irgendetwas pitchen. Ein visuelles Tool, ein Loom-Video, ein Akquise-Funnel. Oder ihr könntet sagen, schau, genau deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt unbedingt unser Webinar nachholen, damit ich dir visuell zeigen kann, wie unsere Lösung dein Problem XY lösen kann. Wann hast du Zeit? Passt dir am Mittwoch oder am Donnerstag besser? Dann kannst du eine Alternativfrage stellen, okay? Aber schau her, als, ob, nicht. Das denke ich mir dabei. Würden Sie mir grundsätzlich zustimmen, das einmal etwas zu sehen, mehr überzeugt als tausend Worte, als ob nicht? Sag ich nicht, ich denke es mir. Und daraufhin kriege ich definitiv das Ja. Das heißt, eigentlich hatte ich gerade die Situation, dass man mich abwimmeln möchte. Ich habe ihn bestätigt, ihm das Gefühl gegeben, dass das Gespräch gleich vorbei ist. Er hat mir zweimal eine Bestätigung gegeben, dass meine Wahrscheinlichkeit massiv erhöht, dass er sich jetzt mein Loom-Video anschaut, jetzt mein Akquise-Funnel anschaut oder jetzt das Webinar mit mir bucht, weil er hat mir gerade gesagt, dass einmal was zu sehen, mehr überzeugt wie tausend Worte. Also lass uns die Worte beenden und uns anschauen, was wir zu bieten haben. Einfach nur noch dir gesunde Menschenverstand jetzt zuzustimmen, okay? Also, in diesem einen Satz kann man viel über Tonalität lernen, viel über Verkaufspsychologie und man kann Wörter lernen, die einem helfen, unverbindlich zu kommunizieren, sodass es eurem Gegenüber leicht fällt, Ja zu sagen und unglaublich schwer, nahezu unmöglich wird, mit Nein zu reagieren. Gleichzeitig lehrt uns dieser Satz, dass Wörter nur dann wirken, wenn wir die Tonalität richtig nutzen und unsere Körpersprache, wie das grundsätzlich ist, eine Körperbewegung. Wollen Sie mir verraten, ist ein Vorbeugen. Weil alles, alles ist wichtig. Es sind Puzzleteile und wenn in einem Puzzle drei Stücke fehlen, würdest du es nicht an deine Wand hängen. Es wird dich tierisch anpissen. Keiner wird dein Puzzle kaufen auf dem Flohmarkt, wenn drei Teile fehlen. Wer kauft ein Puzzle, wo drei Teile fehlen? Kauft keiner. Das heißt, jedes Teil ist entscheidend und wichtig, damit es ein schönes Bild ergibt, das du dir einrahmen lässt. Genauso ist es auch im Verkauf. Wir brauchen unterschiedliche Teile, wenn wir perfekt sein wollen. Und wenn man perfekt ist, dann verdient man nicht ein bisschen mehr, sondern man verdient das 10- oder 15-fache wie andere Leute in deiner Branche. Die Top-Performer verdienen 10-mal so viel wie der Durchschnitt. Weil sie ein paar Fähigkeiten mehr haben und die haben sie richtig gut auf der Kette. Dieser eine Satz, an dem könnte man wirklich zwei Wochen studieren. Aber jetzt dürft ihr mal üben und ich gebe euch Sätze an die Hand, die da ideal für geeignet sind. Und Freunde, wie bei jedem Video, die ersten fünf, die kommentieren, bekommen mein Buch Der Kellner, der wie ein Anwalt verdient, kostenlos an deine Haustür geschickt. Diese Ehe ist